Herzlich willkommen zu einer neuen Miwola News Ausgabe. Neuigkeiten vom Airport Knuffingen. In den letzten Wochen wurde fleißig am Flughafenbauabschnitt gearbeitet. Jetzt steht der komplette Tisch und die letzten Platten wurden verlegt. Nach der Verkabelung und dem Einbau der Technik kann es richtig losgehen und das gesamte Ausmaß des Flughafens wird endlich sichtbar. Auch der Bau der Flugzeuge geht weiter voran. Viele neue Flugzeuge sind im Bau und werden speziell für den Betrieb angefertigt. Dafür ist einiges an Planung notwendig. Nebenbei werden auch viele neue Dörfer und Gebäude erstellt, die später einmal die Grenzen des Flughafens verziehen. Hier schmückt Bobby gerade eines der Module, die später im Flughafenabschnitt eingebaut werden. Zum Beispiel ein kleines Dorf im Allgäu als Übergang zum Flughafen. Auch hier werden natürlich wieder viele neue Details zu finden sein. Typisch für eine Flughafengegend wird hier eine Schrebergartenanlage hergestellt. Wie man sehen kann, gibt es schon einiges an Leben im Bauabschnitt. Mit der Zeit wird sich auch hier alles entfalten und florieren. Aber nicht nur Erholungsgebiete entstehen derzeit. Natürlich wird auch an weiteren Gebäuden für den Bereich am Flughafen gebaut. Nathalie ist gerade dabei, ein spezielles Autohaus für das Einkaufszentrum in der Nähe des Terminals zu erstellen. Damit auch jeder Fluggast eine Mahlzeit serviert bekommt, fertigt Bobby eine große Catering-Küche für die Flughafen Sky Chefs an. Zu Beginn werden die Figuren in die Zange genommen und noch teilweise anders bemalt. Ist die Fläche für die Küche fertig, werden auch schon die ersten Elektrogeräte, wie zum Beispiel Kühlschränke, positioniert. Einige Zeit später, eine voll ausgestattete Küche bereit für ihren Einsatz. Viele Handlungen werden hier durchgeführt. Der eine schuftet, der andere amüsiert sich prächtig. Aber natürlich wird auch gekocht. Um den Koch zu beeindrucken, wurden sogar kleine Flammen angefertigt. Für die Fertigstellung geht die ganze Küche in die Elektronikabteilung. Diese verdrahtet das Ganze noch mit effektvoller Beleuchtung und fertig ist die Küche für den Flughafenbetrieb. Das derzeit größte Modell für den Flughafen entsteht an einem Ort unter unserer Schweiz. Ein gigantisches Parkhaus. Dieses ist dem P4 Parkhaus am Hamburger Flughafen detailgetreu nachempfunden. Seit Wochen tüftelt Tina an dem größten Parkhaus des Wunderlandes. Schon der Rohbau lässt erkennen, wie detailgetreu dieses Modell nachgebaut wird. Jede Säule wird millimetergenau am richtigen Platz stehen. Im Rohbau brauchte das Parkhaus jedoch erstmal einige Lackierungen. Anschließend klebt Kai die Straßenmarkierungen auf. Nachdem das Parkhaus nach Plan wieder aufgebaut ist, kommen auch die Wendeltreppen. Wieder detailgetreu nachgebaut. Keine leichte Aufgabe in unserem kleinen Maßstab. Auch die einzelnen Parkhaustürme werden noch einmal speziell abgedichtet, um später einmal perfekt zu strahlen. Nach der Fertigstellung wird dieses Parkhaus mehrere tausend Fahrzeuge beherbergen. Nebenbei hat Tina den ersten Zeppelin für das Miniatur Wunderland gebaut. Nach einer schicken Lackierung ist der Zeppelin auch schon bereit für den Rundflug über den Hamburgabschnitt. Eine weitere Neuheit wird diese Schwimmhalle für den Flughafenabschnitt sein. Wellnessbereich mit Sauna und Massageräume dürfen natürlich nicht fehlen. Eine Rutsche mit der Gestalt eines Leuchtturms oder auch Kinderrutschen sowie Liegeplätze werden hier Stück für Stück Platz finden. Gaston hat in den letzten Wochen für den Übergang von der Schweiz zum Flughafen einige Brücken angefertigt. Hier entsteht gerade die Marienbrücke für das Schloss Neuschwanstein. Da das Vorbild dieser Brücke aus Metall besteht, hat Gaston die gesamten Einzelteile aus Messing gefertigt und anschließend sorgfältig miteinander verlötet. Dann wird die gesamte Brücke noch geschliffen und lackiert. Mit Laufbrettern und Schutzgeländern wurde das Bauwerk vervollständigt und bietet somit einen genauen Nachbau im Maßstab 1 zu 100. Weitergehend wurde auch eine etwas andere Fußgängerbrücke entworfen. Diese besteht aus einem Flachwagen der Deutschen Bahn. Das Original steht im Heiligenhaus im niederbergischen Land und wurde als Idee von einem Besucher vorgeschlagen. Nicht nur die Brücke an sich besteht aus Teilen des Bahnverkehrs, sondern auch die Brückenköpfe mit den nötigen Lagern. Eine Bogenbrücke für den Verkehr von Autos über ein Gleisbett ist ebenfalls fertiggestellt. Diese wird später die Verbindung zum Flughafen schließen. Leo, einer unserer Elektroniker, kümmert sich um die spezielle Beleuchtung. Eine weitere Fahrzeugbrücke ist eine sogenannte Balkenbrücke. Gaston hat dieser Brücke ein spezielles Abzeichen hinterlassen. Ich glaube, hier hat sich Bayern und Hamburg vereinigt. Diese und andere Brücken werden bei Fertigstellung des Flughafens zu besichtigen sein. Das war es auch schon wieder mit den Miwola News. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag oder einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal.